Sample Rate und Bit Tiefe. Dazu gibt es wahrscheinlich in etwa genauso viele Meinungen, wie es Menschen auf der Welt gibt, aber jetzt bin ich nur mal nach meiner Meinung gefragt worden, deswegen werde ich meine Meinung jetzt einfach mal erzählen. Grundsätzlich zur Frage, ich denke, bei Samples, die man in einer Produktion verwenden wird, ist es nicht wirklich wichtig, dass man seine Projekteinstellungen auf das Sample hin anpasst, weil dort ja im Allgemeinen noch wesentlich krassere Berechnungen und Änderungen mit dem Sample passieren als eine reine Sample Frequenzwandlung oder Bit Tiefenwandlung. Bei Mixing Sessions, wo man Files in einem gewissen Format bekommt, kann es durchaus Sinn machen, dass man die in ein Projekt importiert, dessen Projekteinstellungen dieselben sind wie die Files, die man importiert, weil man dann eine Wandlung umgehen kann und jeder Wandlung bringt ja eventuell auch Wandlungsverluste mit sich. In Sachen Bit Tiefe der Projekteinstellungen würde ich persönlich immer die höchstmögliche auswählen, weil mehr Bit Tiefe bedeutet einfach genauere Berechnung von File-Renderings innerhalb des Projekts. Die File-Bit Tiefe aber nicht verwechseln mit der Online-Offline-Processing-Bit Tiefe der DAW, die man in diesem Fall jetzt hier einstellen würde. Aber auch hier sage ich, je mehr Bit, desto besser die Berechnung und deswegen wähle ich das immer aus. Ich kann mir nur zwei Szenarien vorstellen, wo man vielleicht eine geringere Bit Tiefe im Projekt haben möchte und das wäre, wenn die Festplatten Kapazität zu gering ist oder die Festplatten Schreibgeschwindigkeit. Wenn man also seine Projektfiles kleiner halten möchte, dann kann man 24 Bit zum Beispiel auswählen ohne Floating. Dann muss man allerdings darauf achten, dass die Files innerhalb des Projekts niemals über 0 Dezibel Full-Scale ausschlagen, weil eventuelle Renders dann klippen könnten, was bei Bit Float nicht der Fall ist. Anderes Szenario ist, wenn man einen Live-Mitschnitt macht zum Beispiel von 60 Plus Spuren oder so und die müssten dann ja beim Aufnehmen gleichzeitig auf die Festplatte geschrieben werden und manche Festplatten sind eventuell noch nicht so schnell, dass sie das könnten, dann kann es helfen, eine geringere Bit Tiefe der Files auszuwählen, weil das verringert dann insgesamt die Größe der Files und somit auch die Schreibgeschwindigkeit, die die Festplatte für die gleiche Anzahl an Spuren braucht. Sample Frequenz ist für mich so ein bisschen eine kompliziertere Nummer, weil obwohl es ja so ist, dass eine höhere Sample Frequenz auch bedeutet, dass das Audiomaterial genauer dargestellt und berechnet werden kann, ist es aber so, dass die Kosten ein bisschen höher ausfallen als bei der Bit Tiefe. Bei einer höheren Bit Tiefe bedeutet es eigentlich nur, dass die Festplatte schneller sein muss und größer sein muss. Bei einer höheren Sample Frequenz brauchen wir eine schnellere und größere Festplatte und wir brauchen wesentlich mehr Rechenpower. Und inwiefern sich dieses Kosten-Nutzen- Verhältnis für den ein oder anderen lohnt, ist tatsächlich eine sehr subjektive Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ich persönlich bin in 99 Prozent aller Fälle bei 44,1 Kilohertz, weil ich mache das immer so ein bisschen davon abhängig, wie das Endprodukt sein wird und das Endprodukt ist bei mir einfach Musik und Musik ist im Normalfall bei 44,1,16 Bit. So wird es für alle möglichen Online-Portale hochgeladen, die das dann wieder runterwandeln und so weiter, aber das ist auf jeden Fall immer das Startformat. Insofern bleibe ich von Anfang an bei 44,1, dann habe ich keine Wandlungen am Schluss, die ich noch in irgendeiner Form machen muss. Das ist ein Arbeitsschritt, den möchte ich nicht machen, bin ich zu faul für. Die nächsthöhere Möglichkeit wäre 48 Kilohertz, das wäre die einzige andere Variante, die ich noch machen könnte, ohne krasse Einbußungen in meinem System jetzt zumindest. Aber ich höre tatsächlich zwischen 44,1 und 48 keinen wirklichen Unterschied im Projekt. Bei 88,2 bilde ich mir ein, dass ich einen kleinen Unterschied höre. Ich bilde mir ein, dass es in den Höhen ein bisschen seidiger und weicher ist und dass es in der Tiefe, im Sinne von 3D-Tiefe, also nach hinten hin, dass es dort irgendwie besser aufgelöst ist. Aber das ist wirklich minimal. Ich muss mich hardcore darauf konzentrieren, um das zu hören und ich denke, es könnte auch Einbildung sein. Was ich aber bei 88,2 verlieren würde, wären die Hälfte von meinen Inputs und Outputs an meiner Audiokarte, weil die ADAT-Ports eben nur auf 44,1 und 48 vollwertig funktionieren. Des Weiteren funktioniert mein Analyzer dann nicht mehr richtig. Der wird plötzlich schneller und zeigt Frequenzen falsch an und manche Plugins wie zum Beispiel der Sausage-Fettner klingt komplett anders bei 88,2. Der hat eine Art Low-Cut, der plötzlich so hoch ist, dass man den hört. Und diverse andere Plugins könnten eventuell auch dann anders klingen. Insofern zu viele Einbußungen für zu wenig Gewinn. Für mich 44,1 das Sinnvollste. Ich habe keinen Arbeitsschritt dahinter, hinter meinem letzten Rendern. Ich verliere keine Ein- und Ausgänge bei meiner Soundkarte und ich kann wesentlich mehr Positives für den Mix in Sachen Plugins beitragen, als wenn ich in einer höheren Sample-Frequenz arbeiten würde, wo ich wesentlich weniger Plugins verwenden könnte, bevor mein Rechner abkackt. Insofern meine Wahl 44,1. Es sei denn, ich mache Ton für ein Video. Bei Video ist der Standard 48 KHz. Also würde ich auch in 48 KHz mit dem Projekt anfangen zu arbeiten, wenn ich wüsste, es wäre für ein Video. Wenn ich aber wüsste, das Video wäre für YouTube, würde ich trotzdem in 44,1 tatsächlich arbeiten. Weil obwohl es zwar unter den Guidelines, die man da bei Google oder YouTube findet, wohl heißt, dass man Videos in 48 KHz Audio hochladen sollte, ist es aber so, dass jedes Mal, wenn ich ein Video rippe, testweise natürlich nur von YouTube, ist der Ton in 44,1 und nicht in 48. Insofern würde ich vermuten, dass YouTube, um Bandbreite zu sparen oder so, die Videos im Ton runterrechnet, auf 44,1. Also für mich 44,1, in dem ich am häufigsten arbeite. Als Bonus versuche ich vielleicht noch zu erklären, warum ich denke, dass 48 KHz für Musikproduktion nicht wirklich sinnvoll ist und 88.2, wenn man eine höhere Sample-Frequenz haben möchte, vielleicht die bessere Wahl ist. Das ist jetzt auch nur meine Meinung und jeder kann eine andere Meinung sein, aber warum ich so denke, ist deswegen. Um das zu veranschaulichen, mache ich jetzt hier mal drei Audiospuren. Die erste steht jetzt mal für 88.2, die zweite für 44.1 und die dritte für 48 KHz. Dann mache ich eine ganz kurze Aufnahme und sage, okay, das ist jetzt mal so lang und dann sagen wir, das wäre jetzt ein Sample und hier, das könnte dann sozusagen der Wert des Samples sein, der Bitwert. Okay, dann würde ich jetzt mal einfach bei 88.2 sagen, in der zeitlichen Ebene wäre hier dann das nächste Sample. Dann dupliziere ich das ein bisschen, damit wir auch was zu sehen haben. Sieht dann so aus. Okay, bei 44.1, was ja die Hälfte von 88.2 ist, würde ich behaupten, dass wenn wir das erste Sample auf die gleiche Zeit, auf den gleichen Anfang sozusagen setzen, dass dann das zweite Sample in der doppelt so langen Zeit käme und es wäre hier. Und dann dupliziere ich das und dann sieht das so aus. Insofern würde ich jetzt daraus schließen und behaupten, dass eine Umrechnung von 88.2 auf 44.1 KHz mathematisch wesentlich einfacher geht und deswegen auch wesentlich weniger Rundungsfehler haben wird als eine krumme Berechnung, sagen wir mal, von 48.2 auf 44.1. Hier ist der Faktor 2 und insofern nimmt man einfach das Sample, ignoriert dieses Sample und nimmt dann das Sample und ignoriert dieses und so weiter. Jetzt 48. Da ist das Verhältnis ziemlich krumm von 44.1 auf 48. Und zwar, wir können das mal versuchen auszurechnen, wenn ich hier Kategoriter öffne, sagen wir 48 geteilt durch 44.1 ergibt 1.088 und dann irgendwelche zerquetschten. Und allein hier kann man schon sehen, dass wenn mit solchen Faktoren gerechnet werden muss, dass da irgendwo Rundungsfehler passieren müssen. Und Rundungsfehler im Audiobereich sind immer eher kritisch zu sehen. Okay, also, dieser Faktor 1.08, sagen wir, wenn wir das erste Sample hier runternehmen, würde zeitlich gesehen das zweite Sample ein klein bisschen eher kommen als bei 44.1. Sagen wir hier. Wenn ich jetzt diesen Abstand nehmen würde, ich mache mal Quantisierung aus. Wobei, Quantisierung erstmal anlassen. Mache ich mal diesen Bereich. Ah, nee, nicht ganz so. Machen wir es so. Diesen Bereich. Dann mache ich Quantisierung aus. Shift-Steuerung gedrückt, kann ich noch hier einen Bereich dazufügen. Sagen wir so. Wenn ich diesen Bereich jetzt dupliziere, dann werden wir sehen, dass die Samples, gemessen an 44.1, immer weiter rausrutschen. Und das würde eine Umrechnung wesentlich schwerer machen, zumindest in meinem Kopf. Weil, okay, wir haben jetzt dieses Sample und dieses Sample. Und müssen daraus den Wert, sagen wir, dieses Sample hat den Wert hier und dieses Sample hat den Wert hier. Hier müsste man zwischen diesem Wert und diesem Wert zeitlich runter emulieren oder runterrechnen, wo denn dieser Wert zwischen diesen beiden hier sein würde. Und das ist, wie gesagt, eine krumme Rechnung, eine schwierige Rechnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Artefakte, die eine Umrechnung von 48 auf 44.1 hat, wesentlich schwerwiegender sind als vielleicht eventuelle Gewinne in der Genauigkeit der Berechnung der Plugins innerhalb von einem 48 kHz Projekt. Insofern bin ich der Meinung persönlich, meine eigene Meinung, dass 48, wenn das Endprodukt 44.1 sein soll, eventuell nicht besonders gut ist, sondern eher 88.2, weil dort hat man dann die doppelte Genauigkeit im Projekt der Berechnung, was eventuell einen hörbaren Effekt hat. Aber dann beim Runterrechnen auf 44.1 hat man weniger Rundungsfehler zu erwarten, weil die Umrechnung mit einem geraden Faktor einfacher ist. Abschließend kann ich vielleicht noch sagen, dass ich noch nie eine Produktion gehört habe, wo ich mir dann gedacht habe, so, ah, hätten die doch in einer höheren Sample-Frequenz aufgenommen und gemischt oder in einer höheren Bit-Tiefe, ah, dann würde ich den Mix cool finden. Aber so finde ich ihn ziemlich kacke. Also, ich glaube, der Unterschied ist so minimal, dass es eigentlich nicht wert ist, sich darüber Kopfzerbrechen zu machen. Man nimmt einfach das, was man nehmen will, wo man denkt, das ist cool, und damit rennt man und dann wird die Sache gut. Und ob der Song dann letztendlich gut wird oder nicht, hängt, würde ich behaupten, von anderen Faktoren wesentlich mehr ab als von der Sample-Frequenz und von der Bit-Tiefe. So, ich hoffe, das war in irgendeiner Form hilfreich, und ich wünsche euch was.